hallo und herzlich willkommen hier zwei weitere folge ich habe gerade ein schönes haus gefunden da gehen wir rein da ist hier mal gucken trocken die garage ja wir haben die der war nicht geplant aber nur mit das war ein großer das war ein männliches hier wahrscheinlich mit 53 wert dass ein weiblicher kleiner ist ja im grunde gerade so wird man ausnehmen und dann werden wir uns kurz hier reingehen hier ist ein transport box wahrscheinlich auch und dabei diese diese und zwar diese die zombie hunde die man ja gar nicht ein auto eingestellt zumindest noch mal was für gutes können wir schon mal okay das ding ist man zeichnet hier runde sind bier ich hätte meist man nächsten dosen so so ein scherz ja lesen wir uns mal gut bin also enttäuscht und dosen so wie mein ohr höhere so ganz starke grün immer schon mal ganz stark und da kommt noch hinzu das wie zum beispiel uniform haben die hand in sich so ein ding habe ich immer gesucht anfangs ein schraumschlüssel aber oh bogen schießen ja gut wieder war es voll gemacht aber bogen schießen naja gute frau bleibt liegen gut die gleiche über anderen hause wieder nebel aus kalt miss kritik halt rot ob jemand zu hause ist ich glaube nicht so nütter war ich glaube nicht dass hier jemand da ist ach hier ist jemand da wächst ein baum na wo ist das hintergefallen bitte runtergefallen aber weh so ein haus hatte ich auch zum anfang gab so ähnlich hinfalls böse überraschung gewesen anfang so ein bisschen unerfahren sollte nachts wirklich alles abkappen aber naja fehler wo haben wir nicht fehler kann noch auftauchen die zeit wo ich fehler brauchte ist leider vorbei auch wenn ich jetzt bock wiesen kann brennholz haben wir hier aber ich mache heute die aufnahme fertig für zerfen sie die dann kann ich mich morgen um das bearbeiten kümmern in aller ruhe und motor bist du da schau mal in nächstes gebäude holen etwas ungünstiger so nebel haben wir immer da ist hier unten ist nix hier ist ein bisschen mehr passiert ne ach da brauchen wir nicht die viel zu holen hier arme leute gewohnt hier wirklich arme leute nur auf dem dach gehen wir nicht rauf auch bei der umfene kiste ist ja gut jonesi gebäude gleich gegenüber hier garage abends arme schlucker benzin und überziehen haben sie hier zerlegen muss ich unbedingt alle sicher besser und schenker und laufen können wir auch nicht ich friere ja so das gebäude haben wir gerade gehabt warten wir weiter hier ne aber in dunkel ist es schon in diesem nebel ist es ja nicht gut dabei denkst du überall das sind gebäude das sind ein bisschen Berge und Hügel ah wir haben wieder eins ich bin nicht allein gehen wir nach oben ne tot ein Leben lang tot kleidung stoff nur einmal hin eine Mütze Mütze oh da habe ich mich erschrocken du wie gesagt im nebel sieht man das nicht aber bereich ich zuerst so beim liegen hier Hier geht's weg hoch. Wo geht's da hin? Bisschen ungewöhnliche Straße hier, also das ist überhaupt nicht realistisch. Mit dem Auto kommt's die gar nicht hoch. Aber hier ist auch nichts zu holen, außer guter Sicht. Hier ist ein Häuschen und Beute. So will ich es haben. Gleich mal auflöpfen. Der Tarst rettet. Die Spikes. Die Spikes. Die Spikes. Die Spikes. Die Spikes. Drei Schoße. Drei Schoße. Hier runter ist ein Wasserloch. Wird nur einer. Gehen wir nach oben. Na, ausgepennt? Hey. Überraschung. Was kommt denn du jetzt her? hier. Verlaufen. Hier mal schön gucken. Hier. Der ist nämlich mal ein bisschen. Vergleichen. Rüstungswert und so, ne? Ich glaube, ich habe ein Stahlschild drin. Scharfschutzgewehr habe ich ein 6er. Das will man nicht unbedingt mitnehmen. Das ist ein Sturmgewehr. Das ist ein Sturmgewehr. Das ist gar nicht verkehrt. Mal gucken. Diesen Mist kann man rausnehmen. Sturmgewehr kann man mitnehmen. Das macht das gut sein bei dem Blutwort. So. Den haben wir. Wie gesagt, alles andere. Wenn man gute Waffen hat, braucht man keine Bauen. Da trägt man gleich, ne? Wenn man das kann, muss man nicht essen. Das brauchen wir nicht essen. so gehen wir in den keller rein wo sind sie doch alle versteckt ich bin meistens überladen brauche ich zum basteln dann haben wir nicht so irgendwie säure ja gut ich glaube nicht warum nicht so schnell jungen erschrocken aber gleich kopfschuss der bruder ist wieder rausgefallen da bist du doch hier hat dich doch gesucht essen? nein bist du wieder ein gebäude fertig die missionsaufgaben sind langweilig jetzt immer die gleichen kommen ausgang das wollen wir ja nicht stahl ist gut aber muss ich mir entscheiden das kann man hier lassen das können wir essen das können wir auch essen das können wir zerregen aber das nimmst du nicht mit batterien naja jetzt ist spät jetzt heißt es besonders wachsam sein aber das soll es heute gewesen sein ich fahre jetzt nach hause zurück jetzt mal hier beim fahren passiert eh nix wenn doch würde ich euch auch zunehmen und die folge entsprechen länger machen denn jetzt fahren wir irgendwie zurück ich sag mal schön dank fürs reinschauen allgemein liken und abonnieren immer gerne gesehen besonders nach liken und mal einen kommentar schreiben das ist ganz wichtig mal wegen algorithmus von youtube wegen vorschläge für für weitere zuschauer es muss nicht groß und lang sein da reicht oft hallo aus und dann passt schon ne ist aber gute nacht ja für mich jedenfalls ich sag mal tschüss ich komm dir um zähne schönen guten tag ne ja bis bis ja bis bis mal tschüss tschüss